Unsere Musik löst für uns ein Gefühl von Sehnsucht aus. Es ist die Sehnsucht nach Begegnungen, Menschen und Beziehungen, neue Orte und Landschaften. Eigentlich geht es auf dieser Reise auch darum, dass wir unseren eigenen Film abspielen mit unserem eigenen Soundtrack. Es ist so großartig. Es ist so großartig. Es gibt keine schöner Gemeinschaft als die Brüder auf der Reise zu haben. Wir wollen für uns ausprobieren, wo unsere Musik am besten anpasst. Oder wo sie auch überhaupt nicht anpasst. Und wir genießen einfach diese Stille und den Moment, dass wir jetzt einfach hier miteinander sind. Es hat sich zum Teil angefühlt, dass wir die einzigen Menschen auf dem Planeten wären. Einfach die Stille, meine Brüder und ich. Bei mir wird vor allem das Licht. Auch die Sprengung war, auch die Blaustunde. Das sind die Momente, die am meisten Gefühle bei mir auslösen. Das ist das, die wir im Leben beschreiben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020